Hallo. Hi. Es ist 2020. Unglaublich, aber wahr wird das Lied Jesus in my house dieses Jahr 20 Jahre alt. Ich meine, von was ich mitbekomme, es vergeht kaum ein Tag, wo nicht irgendjemand das Lied tröstet oder stärkt oder das Lied gesungen wird oder zugehört wird. Wir dachten. Darum machen wir eine ganz neue 20 Jahre Jubiläumsversion daraus. Wir wollen es spät im Jahr machen, aber jetzt sind wir zu Hause. Wir sollen zu Hause bleiben. Deswegen singen wir Jesus in my house. Zu Hause. So. Countdown fängt an. Und ich brauche deine Stimme, okay? Gut. Ja, ich weiß, ich klinge wie ein Politikerin, aber ich brauche deine Stimme, tatsächlich. Wir, wir haben Playback. Wir haben Demo, wie das Lied klingen soll. Und wenn du das brauchst, wir haben auch Noten. Und du, du singst gern. Und du, du hast ein Handy, mit dem du das aufnehmen kannst, deine Stimme und an uns schickst. Und dann tun wir alle die verschiedenen Stimmen zusammen und wir machen ein ganz großes Chor, eine ganz neue Version, okay? Super. So. Wenn du das Lied auch liebst, dann teil das bitte mit deinen Freunden, deiner Familie, deiner Gemeinde, dein Chor oder deinen Konfis oder vielleicht sogar mit, ja, vielleicht deine alte Jugendgruppe von vor 20 Jahren. Und dann machen wir eine wunderschöne neue Version, 2020 Version, 2020 Jubiläum. Und wir singen zusammen. All of my life, Jesus is me, Jesus is my house. All of my life and always will be zusammen.